Herzlich Willkommen bei der Plastikfreien Großfamilie. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, also ich bin gerade hier in einem wunderbaren Wald bei uns. Guckt mal, Schneewald. Und ich laufe meine Runde. Das kann uns keiner nehmen. Also Leute, geht raus und die frische Luft schnappt, schnappt ein bisschen die frische Luft und das tut einfach gut, das tut einfach gut. Ja, ich wünsche euch, dass ihr im neuen Jahr ein super neues Jahr habt. Das alte ist bald vorbei und vielleicht habt ihr Vorsätze. Vielleicht habt ihr auch vor, Plastikfreie zu werden. Dann wünsche ich euch viel Kraft und bleibt dran. Bleibt dran. Ihr schafft es. Ihr schafft es. Wenn wir es geschafft haben mit unserer Großfamilie, schafft ihr es auch. Leute, das schafft ihr. Und zwar müsst ihr euch reale Ziele setzen. Ja, ihr müsst euch reale Ziele setzen und Schritt für Schritt gehen. Schritt für Schritt. Und dann schafft ihr das. Und dann schafft ihr es. Wie gesagt, ihr könnt ja hier in der Playlist mal gucken. Da gibt es verschiedene Themen und verschiedene Bereiche, wie man so plastikreduziert leben kann. Ja, mehr fällt mir nicht momentan ein. Also wie gesagt, ich wünsche euch, dass ihr es schafft. Dran bleibt ohne Druck und Stress. Und wir hören uns voneinander. Noch ein bisschen die Schneelandschaft. Ja, wir sind hier im Schwarzwald. Im Schwarzwald in Lauterbach. Tschüss.